Und sie ist... Oh, Jesus. Fuck. Okay, geil. Episodic Horror. Northwood, Norwood Hitchhike. If you have a story to share, send it at Feals of Fatim Stories at Gmail. Hallo, YouTubes. Circa 40 Minuten, okay. Dann macht es euch bequem im Chat. Auch an die YouTube-Freunde. Holt euch eine Decke und Snacks und so. Ich glaube, es wird wieder sehr schlimm. 16. Juni, okay. Ich sehe nicht auf Spanisch. Das ist mir passiert, als ich 19 war. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Sagt man das so? Sagt man nicht einfach, ich bin jetzt 21? Ich kann mich noch an das sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen, aber vielleicht hilft es, sie zu teilen. Auch wenn nur ein wenig. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Ich auch, 2019 noch. Manchmal traf ich sogar ein paar meine Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht so sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre mir zu teuer gewesen. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden. Ach du Kacke. Und das alleine? Oh, ich würde niemals alleine 12 Stunden Auto fahren. Also klar, der wird wahrscheinlich zwischendurch mal hier ein Päuschen einlegen, aber... Oh, chillig. Oh, ich weiß nicht, sollte man während der Autofahrt ans Handy gehen eigentlich nicht? Ich mache es mal trotzdem kurz. Wer haben wir hier? Aiden Williams. Discord. Wir haben die. Wir haben die also. Mal sehen, ob ich das Auto bekommen. Ich sage Bescheid. Werde endlich mit Milo spazieren gehen. Lol. Okay, lol. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Warte, du bekommst das Auto. Jupp. Big Girl. Bist du sicher, dass Ash nicht kommen kann? Ich fähr das Skateboard mitnehmen. Hab doch einen coolen Skaterpark in der Nähe. Klingt lustig. Discord, wo bist du? Fast da. Seh dich nicht. Pfirsich-Shirt. Es macht das Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für deine Teilnahme. Smiley Face. Nochmal, bist du dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst. Ich habe doch jetzt eh keine Wahl, oder? Ich hätte morgen früh fahren können. Ruf mich an, wenn du in deiner Höhle zurück bist. Okay. Okay, Papa. Hab's mein Vater. Bin ich sicher, ob es dieses Leben sein wird. Was meinst? Was meinst? Stecken geblieben im Größenstau des ganzen Landes. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, hier sind die Leute von der Convention. Es reicht. Ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Das stimmt. Alles leid. Okay, wartet mal. Ich dachte, Aiden... Ich dachte, Aiden ist jetzt mein Vater. Hab ich nicht gerade irgendwas mit Vater gelesen? Wartet mal. Nee, hier ist Dad. Okay, ich bin verwirrt. Naja, auf jeden Fall. Du hast angerufen. Ja, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich heute ein Auto für fünf Tage ausbogen? Bitte. Mit wem? Aiden. Ach so. Ach, das war Sarkasso. Ach so. Aiden, dieser Internetfreund, er ist ein netter Typ. Nein. Du wirst nicht zehn Stunden alleine fahren. Gut, ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig, Holly. Vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa. Aiden Williams, Kontakt. Noch was? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig, Holly. Okay. Ich kann ja auch jederzeit aussteigen. Oh, das ist meine Karre, Chad. Ey. Ich habe hier schon eine Leiche im Kofferraum. Nee. Erstmal weg mit dem Gepäck. Nicht Spaß, warum das. Hallo? Ah, ich mache wieder zu. Scheiß drauf. Ja, richtig Open World. Du bist cool, oder? Und so Chillers Art Game Grafik. Aber es ist... Ich finde es sehr cool gemacht. Okay, meine Kopfhörer sind wieder ganz laut. So, wieso habe ich das Gefühl, dass die nächsten 20 Sekunden jemand auf der Straße steht und mitgenommen werden will oder so? Oh, Papa schreibt schon wieder. Papa, ich kann nicht immer während der Autofahrt aufs Handy schauen. Ich lese es, wenn ich da bin, würde ich sagen. Oh, was piept hier so? Mein Tank ist leer. Shit, ich muss eine Tankstelle suchen. Ich bemerke, dass mein Tank fast leer war, als ich die Hälfte der Strecke gefahren hatte. Okay, wir sollten schnell eine Tankstelle suchen. Die Musik ist auch sehr chillig. In der Nachtfahren ist es wirklich schlimm für mich. Glaube ich. Nun ja, war es zumindest. Papa schreibt schon wieder. Atmosphäre wird richtig gut, ne? Übelst geil. Auch mit der Mucke so? Ich mache mal Kopfhörer wieder richtig laut. Ah, das habt ihr gesehen? Ja. Cool, erstmal stehen bleiben, wo ich eine gruselige Person gesehen habe und erstmal gucken, was Papa schreibt. Wo bist du? Noch etwas, noch etwa sechs Stunden von der Fahrt entfernt. Ich stecke im Stau. Ich habe dir ja gesagt, dass wir diesen Flug nehmen. Ah ja. Holly, es wird schwer, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Kann ich ihm nicht schreiben? Hallo, Papa. Alles? Tutti? Mach dir bitte keine Sorgen. Bin schon groß. Okay, ich kann nicht abschicken. Die Musik ist sehr chillig. Oh, hier steht einfach ein Truck rum. Ah, hier ist eine Tanke. Ah, da muss ich mal kurz reinfahren. Okay, ich packe jetzt hier ein wie ein Profi. Achtung. Okay. Bin ein bisschen gegen die Säule gefahren. Boom. Ich sollte mal noch ein Stück vorfahren, so kommen wir ja nicht an den Tankdeckel. So. Top. Ey, das ist doch wunderbar. So. So, jetzt nehmen wir das. Nehmen wir nicht. Okay. Soll ich reingehen? Das ist ja aber auch sau gruselig. Also, holy shit. Hätte ich eine andere Säule fahren sollen? Oder gehe ich einfach erst mal rein? Wie ist es in Amerika? Muss ich Bescheid sagen, dass ich jetzt tanken will? Oh, hier sind Menschen. Toll. So, brauchen wir noch Snacks. Aha, habe ich Geld? Cola kaufen. Ein Schokoriegel. Soda. Mama schreibt. Gucke ich gleich mal. 3 Dollar für eine Soda. Holy shit. Bubble Drink Can. Carrot Drink. Geil. Ich würde sagen, ich nehme mir diesen Schokoriegel mit. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt Geld dafür habe. Also, wenn ich das esse, dann bin ich schneller. Okay. Ist das hier noch Bier? Das ist ja cool. Ich liebe das, dass die Spiele so interaktiv sind. Hey, Sir. Okay, nee. Das ist mir ein bisschen gruselig. Ich habe den Oberlippenbart gesehen und dachte irgendwie, der ist mir ein bisschen gruselig. Hallo. Hi. Achso, man muss... Okay, man muss sich erst hier melden, oder was? Knilgedame. Hi. Kann ich für 10 Dollar die Säule 2 haben? Gehen Sie alleine zur Brücke? Huh? Huh? Die Know-What Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Äh, danke? Ich mache keine Witze, Knilgedame. Seien Sie vorsichtig. Es ist nicht sicher hier draußen. Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die vermissen gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Natürlich. Die Ortsansässigen sagen, dass Norwood Valley... Dass das Norwood Valley Monster... Monster? ...sie in Stücke gerissen und anschließend in die Bäume gehangen hat. Cool. Lasse deine Chips schmecken, Großer. Get an Ice Cream now. Das ist aber gruselig mit dem Schatten. Das ist der genau hinter mir. Entschuldigung, was macht der? Sir? Ist das der mit dem Oberlippenbad? Das ist schon wieder ein anderer. Wie läuft Ihre Nacht, Sir? Er schaute mich einfach an. Gut. Gibt es hier ein Klo? Frag hier nochmal, ob ich hier nochmal aufs Klo gehen kann. Sie haben Säule 2. Okay. Ja, ich gehe jetzt mal tanken. Und noch eine Sache. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen... Klassiker. Die eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an. Fahren Sie so schnell Sie können. Okay. Was auch immer Sie tun, nehmen Sie niemals, niemals, unter keinen Umständen einen Tramper mit. Gut, mache ich nicht. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, knellige Dame. Die sind nicht so. Gut. Dann, äh... Fahr ich hier einfach schnurstracks nach Hause, meine restlichen sechs Stunden. Da hinten ist schon wieder irgendjemand. Ach du Scheiße. Muddy schreibt... Holly, Mama? Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du was für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Oh, soll ich nochmal reingehen? Ich tanke erstmal mein Auto voll. Habe ich jetzt nicht vollgetankt? Was ist denn eigentlich das hier? Das ist mein Koffer. Ich habe eine Frage, wo ist denn mein Tankdeckel? Oder ist es jetzt einfach full? Ich gehe jetzt nochmal herein und gucke mal, ob wir Hundefutter bekommen. Aber das ist eine Tanke wahrscheinlich eher nicht, oder? Milch, Saft, Klo... Ah doch, hier, guck mal. Pet Pet. For good boys and girls. Ja. Pet Pet. Geil. Ey, würde ich kaufen. Nur weil da drauf steht, for good boys and girls. Hier. Entschuldigung. Ich hole einfach eine neue Packung. Hier. Bezahlen. Das macht dann 5 Dollar, junge Dame. Bitte schön. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Danke. Pet Pet. Ja, der Clown ist wieder unterwegs, ne? Ich glaube, ich habe mein Radio auch ein bisschen zu laut angelassen in der Karre. Ich könnte es einfach in den Komma-Raum legen. Ja, das ist mein Plan. Hier. Boom. Boom. Mein Koffer noch. Ordentlich irgendwie rein. Warte mal. Ich kriege das hier ordentlich reingestapelt. So. Ey, top. Hä. Beladen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Auto voll ist, aber ich denke schon, weil ich kann es nicht manuell tanken. Mein Auto ist nicht voll. Ach, ich habe Säule 2. Wartet mal, wo stehe ich jetzt? Ah, die hintere. Okay, ich muss ein Stück zurückfahren. Ich stehe an der falschen Säule. Wir haben es gleich. So. Zuerst haben wir mein Auto etwas zu weit weggeparkt. Das passt schon so. Okay, ich parke noch ein Stück zu weit. Äh, zurück. Top. So. Und los. Ich habe den Tank aufgefüllt und bin mir losgefahren. Ich finde es auch sehr cool, wie das erzählt wird. Let's go. Also keine Tramper mitnehmen, einfach mal rausfahren. Wird wahrscheinlich eh nicht so passieren. Achtung, wir gucken hier kurz. Kommt hier jemand? Und los. Boah, aber cozy mit der Mucke und so. Wow. Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Was denn? Monster existieren wirklich. Oh Gott, true. Franz. Und jeder andere von denen schaut, wie du. Schaut aus wie du und ich. Wieso schreibt mir denn meine Mutti immer während der Autofahrt? Überraschenderweise gab es Rundfutter bei der Tankstelle. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Gab es Rundfutter bei der Tankstelle. Das Geld musste mir nicht zurückgeben. Es ist nicht abgelaufen, oder? Warum soll das abgelaufen sein? Gut. Hä, das geht mir gerade so vor. Life is Strange Vibes. Wieso geht mein Scheinwerfer nicht mehr? Hallo? Ah ja. Herrlich. Oh, da ist jemand, oder? Ah ja, ja, ja. Da ist jemand. Ich bilde mir schon Sachen ein. Also die Karre kannst du komplett vergessen, ey. Wie ist die durch den TÜV gekommen? Ich habe auch irgendwie gerade das Gefühl, dass ich im Kreis fahre. Ah, da ist ein Auto vor mir. Was ist denn jetzt hier mit meinen Scheinwerfern? Sollte ich hier mal kurz ein Päuschen einlegen und mal meine Karre überprüfen? So, können wir mal kurz die Warnblinke anschmeißen? Was ist hier los mit meinen Scheinwerfern, hä? Sind aber an. Wieso sind die denn aber in meinem Auto nicht an? Es ist stockdunkel. Ah, Hupe geht noch, aber... Ah! Okay, Banger! Okay, stand hier schon jemand? Nee, ne? Habt ihr schon einen Tramper gesehen? Das war eigentlich auch wurscht. Wir machen jetzt einfach so einen Formel-1-Simulator. Ich nehme hier niemanden mit. Ey, Taipax, moin. Können wir das Radio ausmachen? Nee. Mit ist schöner. Was ist das jetzt hier für ein komischer Schotterweg? Ah, die Brücke. Ah, das hat der Tankstellenmann gesagt. Gehen sie alleine zur Brücke? Na gut, ich fahre einfach drüber. Was soll schon groß passieren, wa? Außer, dass meinen Scheinwerfer gleich wieder ausgehen? Oh, shit. Okay. 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 Ja, woher kenne ich diesen Weg überhaupt, ne? Mein Radio ist gerade ganz komisch. Perfekt. Äh. Ist das komisch jetzt hier schon wieder? Geht jetzt das Radio? Nee. Oh, ich springe gleich irgendwas vors Auto. Zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Nichts passiert. Aber wartet mal. Da war gerade ein Auto. Oh, ist aber hier ein langer Bremsweg. Holy shit. Und da ist irgendwas langgekrabbelt. Aber ich wollte mal kurz am Auto hier schauen. Ich würde hier niemals aussteigen. Ah, ich laufe ganz schön langsam, oder? Kann ich hier nicht rennen? Ah, ein bisschen. Ey, war gerade ein Auto. Sonst gehe ich einfach zurück. Ah, ne, guck mal, hier ist es. Okay, ist ein Schrottkarre. Na gut. Ich dachte, hier ist vielleicht jemand. Ist aber auch gruselig hier. Okay, einfach weiterfahren. Egal. Vor allem, ich sag für fünf Minuten gerade noch so, wir fahren einfach schnurstracks nach Hause. Und dann mach ich hier sowas. Ich halte es wirklich nicht mehr an. Ich bleibe jetzt im Auto sitzen, Chad. So. Hier ist auf jeden Fall gerade irgendwas von links nach rechts gekrabbelt. Ich weiß nicht, ob es ein Hase war oder ein Mensch. Radio. Alles klar, gut. Das nervt mich jetzt aber, dass wir kein Radio hören können. Oh, hier kommt schon wieder ein Stück Brücke oder so. Was steht hier? Keine Waffen. Ey, die Karre bremst so langsam. Diese Nacht war irgendwie sehr komisch. Ich muss mal kurz gucken, was hier an diesem Schild stand. So ein gruseliger Schuppen hier. Cool. Achso. Das hier nicht abbiegen. So, okay. Sorry, ich muss doch aussteigen. Ich muss es hier alles abchecken. Diese Nacht war komisch. Es hat fast schon so aus... Okay, zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht. Was denn? Spot a bear? Ah, ich habe ein Achievement bekommen, weil hier ein Bär rumlungert. Ja gut, dann soll ich gehen, wenn hier ein Bär unterwegs ist, oder? Da hinten läuft einer. Ich weiß aber nicht, ob ihr das sehen könnt. Okay, weiter geht's. Radio? Oh, shit. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe fast schon so ausgesehen, als hätte es jemand absichtlich hier hingelegt. Stimmt, der Tankstellen-Typ. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht. Sie waren schwer. Achso. Wow, ich bin aber stark. Ich bin sehr stark. Wow. Herber. Achso, ich muss sie so ziehen. Eins habe ich gecheckt. Okay. Das ist natürlich so. Ich musste die Baumstimme entfernen, um weiterfahren zu können. Aber habe ich doch gemacht, oder? Ich dachte, wir sind durch. Habe ich doch. Ist weg, würde ich sagen. Ich musste die entfernen, um weiterfahren zu können. Sag mir jetzt nicht, ich habe das Auto ein bisschen... Ich kriege den Baumstamm hier nicht weg. Wo ist der andere hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Auto steht so nah an dem Baumstamm und deswegen ist es jetzt verbuggt, oder so. Weil ich kann hier gerade gar nichts mehr machen. Hä? Musst es so? Nee, ne? Wieso bist du eigentlich halb großartig dein Auto? Ich weiß es nicht. Ah, ich crouche. Deswegen. Hä? Aber wie soll ich denn das hier entfernen? Das geht doch jetzt gar nicht mehr. Achso, jetzt mal wirklich. Ich habe aber auch nicht gecheckt, dass ich die ganze Zeit crouche. Der Baumstamm geht nicht weg. Ich komme nicht ins Auto rein. Das zeigt er mir an. Ich musste die Baumstamm entfernen, um weiterfahren zu können, aber... Ich kann den jetzt hier nicht mehr anklicken. Wahrscheinlich, weil ich zu weit rechts bin und das Spiel jetzt verbuggt ist oder so, oder? Nee. Oh, nee. Aber sag mir nicht, wenn ich das jetzt abbreche, dass ich dann... die Episode nochmal von vorne spielen muss. Ah, wartet mal. Okay, bei dem konnte ich ein Stück noch was machen. Ah, vielleicht geht es jetzt. Ah, okay. Puh. Das war der andere, der nicht funktioniert hat. Oh, jetzt geht meine Karre nicht. Okay, doch. Gerade so. Nee, doch nicht. Mein Auto springt nicht an. No. Das Auto wollte nicht mehr starten. Scheiße. Ich bin so mitten im Nirgendwo gelandet, ohne Netz für mein Handy. Zufälle gibt's. Ah, jetzt tue ich noch so, als hätte ich hier übelst Plan von so einem Auto oder was. Na klar. Ich gucke mal rein in die Haube. Unter die Haube, Chat. Ich würde lügen. Okay. Ich finde nicht, dass sich das anhört wie eine Horrorgeschichte, aber... In meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Oh, ich bin der Hitchhiker jetzt. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemanden brauchen würde, um vorbeizukommen. Ja, der Bär kommt wahrscheinlich jetzt auch erst mal. Ja, der kann mir vielleicht Starthilfe geben oder so. Vielleicht ist es nicht so schlimm. 22.23 Uhr. Einfach Fußbus nehmen, zum Beispiel. Muss ja nicht mitfahren. Vielleicht macht jemand einfach Starthilfe. Oh, es kommt jemand. Ich bin Auto näherkommen sehen. Okay. Ich stelle mich mal hier hin. SOS. Pures Böse. Wirklich pures Böse. Arschloch. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Ich könnte ja mal Warnblinklicht oder so anmachen. Vielleicht fällt es dann mehr auf. 22.43 Uhr. Okay. Nochmal 20 Minuten vergangen. Qualmt mein Auto? Mein Auto qualmt einfach. Boah, nee. Das wäre mir alles ein bisschen zu spooky. Hier. Entschuldigung. Äh. Äh. Hallo. Oh, er hält aber an. Erst angefahren, dann anhalten. Finde ich gut. So. Sir. Oh, das sieht verdammt gruselig aus. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Ist das der Oberlippenbartmann? Hallo. Vielen Dank fürs Anhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand hier für mich anhalten würde. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du hier draußen? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen. Hier ist kein Empfang. Kann ich mitfahren. Und fährst du? Nur die Straße hoch oder nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann? Ich mach mal das. Ich steig ein. Ab vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Beeil dich. Schmeiß einfach nach hinten. Ich werde nicht lang hier drin sein. Ich werde nicht lang hier sein. Okay, das Wichtigste ist erstmal das Hundefutter. For good boys and good girls. Ich hab das Gefühl, der fährt gleich weg mit dem Hundefutter, oder? Ich schmeiß rein, der fährt weg. 100 Prozent. Nicht weiterfahren. Meine Koffer? Ich konnte ohne meine Sachen nicht losfahren. Ja, ja. Okay, nächstes. Spätestens jetzt, wenn mein Koffer da drin ist, haut der ab, oder? Ich vertraue dem nicht so ganz. Ich habe ein bisschen Angst, dass es der Oberlippenbartmann ist, weil das sind auch meistens Serienmörder. Tut mir leid, falls ihr einen Oberlippenbart habt. Boah, ich hole aber auch sehr gechillt meine Sachen gerade, ne? Dafür, dass er gesagt hat, er wird nicht lange hier warten. Hole ich gerade sehr entspannt mein Zeug. So, letzter Koffer. Ne, doch nicht letzter Koffer. Mein Skateboard noch. Ich hatte nur zwei Hände. Ach so. Cool. Hätte ich auch zwei Koffer mit einmal tragen können. Jetzt habe ich aber auch so viel Ramsch dabei. Ich denke, ich war nur eine Woche auf der Convention. Der hätte wirklich ein Stück zurückfahren können. So, und? Mein Skateboard? Ganz wenig. Ich dachte, der ist losgefahren. Okay. Zack. Ah, Skateboard. Okay, habe ich. Kann ich dir die Luke irgendwie hoch machen? Ne, macht der bestimmt. Okay, alles geladen. Zack. Kannst du mir helfen, mein Zeug zu holen? Ach so. Ich bin fertig. Na endlich. Spring rein, beeil dich. Was schaust du jetzt? Los geht's. Okay, okay, ich komme. Bin da. Oh Gott. Wenn das der Oberlippenbartmann ist. Ich gucke jetzt direkt mal. Okay. Ah, es ist der mit der Brille. Okay. All good. Oh, nee. Der... Du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest? Eigentlich nicht. Das würde ich lieber nicht sagen, wenn das in Ordnung ist. Wenn du meinst. Boah, ich glaube, der springt mir jetzt ins Gesicht oder so. Fuck. Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Wieso? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto denn passiert ist? Ich denke, es lag an der Batterie. Es lag an der Batterie. Es ist halt ein altes Auto. Es ist halt ein altes Auto. Das ist es. Ich denke schon. Kein Bock mehr. Junge, der geht bestimmt pumpen. Ich gucke einfach aus dem Fenster. Okay, doch nicht. Also, was denkst du über das, was der dir damals in der Tankstelle gesagt hat? Ja, ich habe nicht zugehört. Er hat mir wirklich Angst gemacht. Oder er ist lustig. Ich habe mir schon ein bisschen Angst gemacht. Interessant. Die Idiot erzählt es jedem, der hinterher reist. Der hierher reist. Okay, ich könnte jetzt auch mit ihm reden, aber ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach aus dem Fenster. Hey, wenn's. Was geht? Moin. Kann ich das Radio anmachen? Der fährt übelst langsam. Hier ist doch keine 30er-Zone, oder? Okay, ich quatsch doch noch mal. Also, ist es wahr? Was, das Monster? Ich selbst hatte es nie gesehen, aber da sind... Da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen eines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht wie... Äh... Wissen... Ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merkt dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Was ist das hier aber auch für eine Gegend? Kompleter Summ. Was ist das? Nun, Uhr acht. Okay. Nachdem ihr kurz gesprochen habt, ließ er mich bei einem Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig hier draußen. Sind alle Arten von Menschen, sagt er in einem ernsthaften Ton, bevor er ging. Oh, Motels ist halt auch so eine Sache, würde ich niemals drinnen pennen. Niemals. Hallo. Oh, das sieht aus wie der Tankstellen-Typ. Der Mann hat die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Warum nicht? Ich finde Motels saugruselig. Die sehen einfach schon gruselig aus und gruselige Menschen. Und da habe ich immer so eine Vorstellung, dass es ist halt dreckig. Da sind ein bisschen Viecher und Leute wurden da schon umgebracht. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie gruselig. Ich habe da eine ganz gruselige Vorstellung von. Wie viel kostet ein Zimmer? 40 für ein Eins-Zimmer. Holy shit. Nur Bargeld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Steht hier nirgendwo. Aber anscheinend habe ich Geld. Ah, Raum Nummer 9 direkt hier drüben. Das trifft auch auf manches Zuhause zu. Okay, äh, rede über das Auto? Ja. 90 Dollar jetzt noch. 90 Dolly. Äh, 90 Dolly. 90 Dollar. Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Okay. Bezahlen. Gut, also Schlafplatz, check. Mein Auto wird repariert und abgeschleppt, check. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Versucht die anderen gestern nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Ja, hatte ich auch nicht vor. Was für ein gruseliges Bild. Holy shit. Und hier ist dasselbe Bild einfach nochmal. Der ist aber auch sehr gruselig. Also echt. Das ist doch der Tankstellen-Typ. Das sieht doch genauso aus. So, Raum Nummer 9. 9. Ne, 1. Ups. Ja, ist ja ein bisschen Serienmörder. Oh, hier guckt jemand noch Fernsehen. Oh, so ein altes Gebäude hier. Oh, Mann. 5, 6. Okay, dann doch da drüben. Holly, Mutti schreibt. Bruder, wo bist du? Bruder. Oh, Papa schreibt noch hier. Wo bist du jetzt? Wieso hebst du nicht ab? Was meinst du mit anderer Strecke, Papa? Vielleicht muss ich heute noch in einem Motel übernachten. Okay, wurde nicht zugestellt. Aiden schreibt noch. Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft an. Äh, Holly? Ja. Schade, dass man den schreiben kann. Okay, 8, 9. Das mit der gruseligen, okay. Drinnen war es schön warm. Was für ein Jumbo-TV. Außer da war ein Geruch, eine Art Moosgeruch, den man von alten Häusern bekommt. Oh. Können wir abschließen. Okay. Wow. It's a bird. Superman. Ey, cool. Nichts geht über Superman hier schön am Abend. Gruselig. Oh, hier werde ich mich bestimmt nachher noch drinnen verstecken. Und ich sehe es. Oh. Oh, Jesus. Fuck. Ich bin Tommy vom Zimmer-Service, äh. Sollte der nicht meine Karre holen? Oh, Mann, ey, wirklich. Kannst du nicht mal in Ruhe scheißen gehen in dem Game. Ich bin Tommy vom Zimmer-Service hier beim Roadway-Motel, dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Was hast du da drin gemacht? Du weißt schon, Sachen geputzt. Der hat hier safe eine Kamera reingebaut. Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Hehe, 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 hehe. Ich muss dich nur darum bitten, rauszugehen, wenn ich das Zimmer mache. Wo ist die Matratze hin? War die vorhin schon raus? Das war richtig schlimm gerade, fand ich. War ein sehr schlimmer Jumpscare, übelst laut. Ja, da gehe ich kurz raus, wenn du die Kamera im Bad installierst. Überhaupt kein Problem. Ich gucke mal kurz. Aber was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Ich kann halt wirklich nicht mehr mal reingehen, okay. Konnte dort nicht schlafen. It's Superman! Telefon ist auch tot. Was ist, wenn ich hier reingehe? Denkt er dann, ich bin weg? Seht ihr? Ich werde mich hier später noch verstecken müssen. Ist das quatschig. Oh, ich habe es nicht gebraucht. Was ist das? Schmerztabletten und so? Hä? Ja gut, ich weiß es nicht. Gehe ich nochmal zum Empfang? Was mache ich jetzt, während der Typ da drin rummehrt? Franz, danke schön für den Clip. Frag einfach mal, ich kaufe mir eine Soda oder so. Hier. Ich kaufe mir einfach was in der Zwischenzeit. Wie wäre es mit einem Heatsnack? Ich habe bestimmt Hunger. Verbrauchen. Noch was trinken oder so? Den Dude nochmal belästigen? Hallo? Dein Zeug steht draußen. Ja. Ach, das hier? Ich hätte einen Energy Drink gebrauchen können. Fork. Gut, dann kaufe ich mir einen. Orange, Milk, Chocolate, Grapefruit, Chocolate. Was ist denn hier? Lime Drink, Onion Rings. Ah hier, Energy Soda. Drei Dollar. Krank. Minus drei einfach verbrauchen. So, jetzt geht es mir gut. Ja, jetzt kann ich das hier alles nehmen. Und bringe es zu meinem Ding. Was bin ich aber wirklich ein bisschen flotter? Okay, alles klar. Oh Mann, ey. Was soll das? Oh, jetzt bin ich aber schon, ne? Ein bisschen flotty. Schön. Hole ich den Rest mal noch? Ganz wichtig, Hundefutter, meine Mütze. Pet, pet. Junge, ich bin grad so schnell unterwegs. Schön. So, bam, bam. Den Rest noch holen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Zack, zack. So, das war's. Ist ein bisschen schwerer anscheinend. Gut, dann fragen wir mal den Typen, was er jetzt hier gemacht hat. Ich hab mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hol dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach meinen Empfang nach. Okay. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hä, 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 hä. Äh. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Vielen Dank. Ah, jetzt hab ich eine Matratze und so. Gleich mal gucken, ob der hier irgendeine Kamera installiert hat. Bestimmt. Irgendwo. Aber ey, sogar ein Motel mit Badewanne. Das ist schon nicht schlecht. Okay, scheint alles safe zu sein. Da geh ich jetzt pennen. Wow, es ist Superman. Oh mein Gott. Ich nenne es Voraussicht. Aber in diesem Ort war etwas sehr abwegig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Das Gefühl der Müdigkeit wurde von Angst überwältigt. Ey, können wir noch ganz kurz dieses Rollo umklappen? Eine heiße Tasse Kaffee könnte helfen, dachte ich mir. Was seht ihr? Motels. Ich kann es aber auch nicht zumachen. Also nicht... Ach, fuck. Wo kriege ich diese Kaffee her? Muss ich wieder an die Rezeption vor? Chat, geht es euch gut? Wie ist die Stimmung? Ich scheiß mir ein bisschen ein gerade. Vielleicht hier am Automaten. Kann ich mir hier eine heiße... Heatsnack? Ah, okay. Ist noch was zu essen. Okay, dann gibt es hier... Gibt es hier drin eine Kaffeemaschine? Ich frage ihn mal. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ah. Oh, die war halt Angst. Okay. Obwohl du weißt, was passiert. Okay, okay. Wollte es nicht. Hier ist noch ein Automat. Ah, hier ist ein Kaffeeautomat. Okay. Espresso, rein damit. Der knallt. Let's go. Alles gut bei Chat. Freut mich. Consuming these items helps you stay awake. Okay. Ich konnte einfach in irgendeinen Raum gehen. Nee. Machen wir nicht. Oh, dankeschön, Franz. Was ist das jetzt? Sicher, dass ich ein Espresso getrunken habe? Die Steuerung ist komplett komisch. Papa schreibt. Ah, perfekt. Cool. Da, okay. Aber hier ist... Das war kein Kaffee. Das war kein Kaffee irgendwie. Oh Gott, die Steuerung ist andersrum. Gruselig. Jetzt machen wir mal zu hier. Das ist einfach schlafen gehen, oder? Ich bin nicht in einen anderen Raum. Das ist ein großes Spiel. Worum geht's da? Also, Fear of Fathom spielt man irgendwie immer so verschiedene Episoden von Geschichten, die wahrscheinlich wirklich mal passiert sind, also anscheinend. Man kann da auch so Mails hinschreiben, so, hey, mir ist das und das passiert. Und die machen ein Horrorgame draus. 3 Uhr 18. Ich war beruhigt. Und in dem Game... Da bin ich irgendwie ne... Ich war auf ne Game Convention und fahr nach Hause, mein Auto ist aber kaputt gegangen. Jetzt muss ich hier in so nem Motel übernachten. Ich denke, das Telefon geht nicht auch. Ah ja. Top. Wieso klingelt das Telefon? Fuck, ist wirklich belastend. Ja, der Schrank wird hier auf jeden Fall... ...wahr jetzt zum Einsatz kommen. Ich fühle mich unsicher rauszugehen. Verstehe ich. Ach, da kommt jemand, da kommt jemand, Chat. Das ist der Typ von der Rezeption. Wer ist da? Joe von Empfang hier, öffne die Tür. Okay. Joe? Hab ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich hab niemanden geweckt. Ich hab Beschwerden. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Ich mach doch gar nix. Was auch immer. Sorgen sie nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Kaffeemaschine erwähnen. Kaffee getrunken. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee. Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Die ist da drüben doch. Okay, okay. Ich hab genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste. Aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folge mir. Ich hasse meinen Job. Yep. Äh, die Kaffeemaschine steht da jetzt nicht mehr. Äh, Joe? Was hab ich da jetzt aber gesüffelt? Ah, top. Die Kaffeemaschine ist halt wirklich weg. Ist das ätzend. Äh, yo, äh, Joe. Yo, Joe. Wo ist Joe? Joe, die ist halt wirklich weg. Was passiert? Zeigst du mir jetzt deine Kaffeemaschine? Ich sag, du sollst gehen. Jetzt. Äh, die ist weg. In deinem Zimmer sollten ein paar Medikamente liegen. Die werden dir gut tun. Ich stehe auf deinem Tisch beim Fernseher. Ich pfeife mir dort nicht irgendwelche Medikamente rein, die mir so ein Typ an irgendeiner Motelrezeption empfiehlt. Dass ich mir die reinknallen soll. Also wenn ich das jetzt mache, dann sorry, aber... Dann bin ich ja echt dumm. Ich geh einfach pennen. Yo, ich knall mir jetzt noch keine Medis rein, die einfach ein Typ mir empfiehlt an irgendeinem Drecks Motel. Aber ich glaube, ich muss das machen, oder? Ich hab, glaube, keine Wahl. Ja, ey, klar. Okay, ich brauch Wasser dazu. Komm, wieder Jumpscare. Heilige Scheiße. Gibt's gar keine Waschbecken. Ah, doch hier. Aha. A man of steel. Okay, ich dachte schon, da steht jetzt jemand hinter mir. So, schön Drogencocktail reingeflößt hier. Geh ich jetzt pennen. Ich glaube auch, dass es besser ist, manchmal nicht alles zu sehen. Ist wirklich so. Telefon. Okay, geht immer noch nicht. Was ist jetzt passiert? Wurde hier gerade ein Bild gemacht, oder was war das? Was? 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 Oh, ich scheiß mir gerade schon ein bisschen ein, ne? Irgendwie ist es ja übelst gruselig. Was? Wo kommt dieses Hello her? Nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Nee. Nee, nix Hello. Aber ey, Lunatic, was geht? Moin. Wer ist das? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ist mir scheiße. Ist mir egal. Ey, Moody. Moin. Ich... Das Spiel wird nicht weitergehen, außer ich öffne die Tür, oder? Wer ist da? Bitte öffne die Tür, ich brauche Hilfe. Ist mir egal. Es ist mir wirklich scheiße egal. Ich weiß, dass du da drinnen bist. Hello? Keiner, der Hilfe braucht, sagt so entspannt Hello? Niemand. Aber das Spiel wird nicht weitergehen, wenn ich jetzt nicht die Tür öffne. Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Bitte geh, oder ich werde die Polizei anrufen. Der sagt bestimmt, dein Telefon funktioniert nicht, oder? Hübsche Lady, komm. Hübsche Lady, komm. Ich will nur mit dir sprechen. Geil, cooler Rezeptionist. Mein Auto wurde abgeschleppt. Oh, wir haben es geschafft? Hey, we did it! Geil!